Der kann auch was. Beziehungsweise ich kann momentan echt halt nicht viel. Es sitzt einfach tief. Ich kann diese... Ich kriege keine Entspannung hin. Ich bin nicht entspannt beim Spielen momentan. Kann er nicht einfach aufgeben. Selten ist es, dass ich das mal anfrage. Jedenfalls, da wird es so sauschwer. Es ist selten, dass man mit Dortmund gegen Real oder Barcelona oder Bayern spielen muss. Weil die nochmal eine eigene Sterne-Liga haben. Also die sind für sich selbst, sozusagen. Alter, das sind so Dinge, die dürfen nicht passieren. Komm, Obermeer. Komm, 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 Junge. Junge Vater, den muss ich einfach machen. Den würde ich unter... Also jedes Mal machen, wenn hier kein Druck wäre. Das wird ein unentspannter Spiel. Ich sehe es 1-0 kommen. Gott sei Dank beiden Fälle. Haben wir rausgeholt. Ja, bis die den Pass machen. Da vergehen Jahre, besonders bei Regen eben. Oder was ist besonders? Eigentlich nur bei Regen. Sonst sind sie da ganz gut drin. Weg. Alter, das ist rot. Es wird zumindest gelb noch geben. Ja, meiner Meinung nach ist es rot. Das kann nicht wahr sein. Was die Schiedsrichter auch zusammenpfeifen mit unter, ist ein Witz. Auf beiden Seiten. Also, nicht nur auf meiner. Aber man ärgert sich natürlich dann immer. Lieber hätte ich Fairness und dann passt es. Da muss man sich nicht so viel ärgern. Ja, gelb. Aber absolut. Aber minimum gelb. Aber minimum. Schau dir das an. Also, das ist rot. Das ist so rot. So glatte rot. Bis der den Ball verarbeitet. Da vergeht einfach zu viel Zeit. Ich glaube, Probleme haben, hier ein Tor zu schießen. Zumal ich garantiert eins oder zwei kassiere. Minimum. Und der macht das Spiel für sich alleine. Ich kriege keine Ruhe rein. Okay. Okay. Alter, wenn man mich nervt. Schon jetzt. Und es steht noch 0-0. Wie wird es jetzt sein, wenn man nach vorne liegt? Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. La la la. Alter. 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 Willst du mich verarschen? Das ist Minimum gelb, aber absolutes Minimum. Komm schon, ich mach mal. Ich sag ja, es wird Glück brauchen. Sehr viel Glück. Sehr, sehr viel Glück. Jetzt füllen wir. Ich kann nicht super defensiv spielen hier. Das wird mich ein Untergang bringen. Das wird mir sowas von einem Untergang bringen. Ich kann nur versuchen, gescheit zu stehen. Aber bei Versuch wird es wahrscheinlich bleiben. Ich werde Minimum zwei Tore noch brauchen. Zusätzlich zu dem hier. Oh, scheiße. Alter, doch nicht gegen Ronaldo. Ja, von mir aus gelb. Das interessiert kein Menschen. Gehen wir schon mal da einen Freistoß hergeben. Nein, 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 nein. Wir stellen den weiter hier rüber. Wir müssen ihn nicht mit der Abwehr aufhalten, sondern der Tod soll gescheit stehen. Ich sehe ihn noch nicht mehr. Ich sehe nicht, wo mein Spieler steht. Da steht er. Ich weiß nicht, ob er irgendwo auf der Linie steht oder nicht. Keine Ahnung. Fast hätte meine Mauer den nach reingehauen. Also, ich heule hier los. Das ist nicht ein Unglaube. Naja. Aber ich halte mich noch. Und es steht 1-0 für mich. Komm, Obermeer, du bist so schneller als der Affe da. Und schon wieder. Er macht einen Trick nicht, den er kann. Den er einfach kann. Wahrscheinlich bin ich zu nervös, um Tricks zu machen. Komm, 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 überholen. Scheiße. Das war auch mal ein sensationelles Tor gewesen. Und der Pass war scheiße. Ich will auf die Idee kommen, mit der Pisse so zu spielen. Alter, nein. Er verarscht mich doch schon wieder. Er wird alleine gehen. Und weg mit. Dankeschön. Nicht Dankeschön. Weg mit. Alter, wie ich stehen. Und wie ich stehe. Alles zusammen. Das macht so keinen Spaß. Wie gesagt, ich bin so glücklich, wenn das vorbei ist hier. Bitte kick ihn weg. Alter. Selbst mit 2-0 glaube ich nicht, dass ich es noch schaffe momentan. Wie gesagt, 3-0, also 3 Tore schießen insgesamt, wird Minimum sein. Glaube ich. Und ich glaube, der wird 2 Stück schießen. Wieder weg. Die Klärung von den Torhütern sind auch wirklich nicht gut. Und zwar allgemein. Hat jetzt nichts mit momentan zu tun. Freistoß. Ja, ist besser, als wenn ich den Ball nicht habe. Direkt. Ja, direkt. Will den Ball nicht direkt wieder verlieren. Also zumindest nicht an ihn für den Konto, meine ich. Meine Nerven, meine Nerven, meine Nerven, meine Nerven. Hummels, nein, Hummels. Nein, der kommt nicht raus. Oh, wenn er dann schon Geld hat. Das gefällt mir eigentlich alles nicht so wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie unsicher ich momentan spiele. Wie unsicher, dass sich das auch anfühlt. Komm, Junge. Das sind so Aktionen, in denen so oft der Gegner den Ball bekommt. Und ich verstehe einfach nicht, wie dumm, wie abwässig der anstellt immer. Alter, ey. Meine Nerven haben das nicht verdient, ey. Also da ist er echt in... Nein, das ist so unfair mit Real gegen Dortmund. Insbesondere so, wie ich mir mit deinem spiele. Ich stehe so wüsig. Komm, der liegt am Boden. Komm, Schiedsrichter. Alter, was ist das für ein Bullshit vom Schiedsrichter. Das ist unfassbar. Er weiß nicht, wo ich hinspielen soll. Eigentlich an die Außen, weil sie dadurch nicht so schnell kontern können, die Gegner. Das heißt, wenn er jetzt direkt einen Ball kriegt, er kann einfach nicht so schnell kontern. Aber er kann kontern. Und leider kann er das trotzdem zu schnell. Gott sei Dank, Weidenfeller hat zumindest mal was gehalten. Das ist alles so grauenhaft anzuschauen. Okay, weg mit. Oh. Oh. Schade. Spiele ich jetzt super defensiv? Jo, ich spiele jetzt super defensiv. Also nur von der Einstellung her. Aber dann habe ich mehr Spieler, glaube ich. Glaube ich. Das war es dann mit super defensiv. Geil, Weidenfeller. Ich stehe so. Scheiße. Und ich kann mich nicht 50 Minuten sonst wo hinstellen. Alter, was ist das für ein Spiel? Ich sehe es kommen in der 19. Minute schießt er es drauf. Wenn er es schießt, bitte früher. Sonst kann ich nicht reagieren. Mich diese Aktion hasse. Dieses Drehen, dieses Rüber, dieses sonst irgendwas. Und trotzdem hat er wieder den Ball. Ist einfach Kacke-Ronaldo-Style. Alles locker. Ich habe Zeit. Ganz gemütlich. Kann der eigentlich auch was? Gibt es den auch in Gut? Kann ich mir den auch in Gut kaufen, den Pischek? Ich weiß gar nicht, ob ich da rein spielen möchte. Der konnte mich so schnell aus. Ich heu gleich los, geh. Da steht zum Glück noch keiner momentan. Da steht nur einer. Ich darf so nicht spielen. Sonst kommt da hinten gar nicht mehr raus. Aber ich bin sie chancenlos. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ja! 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 Dortmund! Wahnsinn! Wahnsinn! Ich halte den Ball jetzt immer so lange ich nur kann. So leid es mir für ihn tut. So was mache ich nie. Oben läuft einer. Das muss ich ausnutzen. Scheiße, Kagawa. Ich dachte, der zieht einfach mal schön drauf. Ach man. Mano. Das sind so Aktionen, wo ich die Krise kriege. Und das hier ist ein Foul, wo man eigentlich auch Rot für geben kann, mein Freund. Weg mit. Hauptsache weg mit erstmal. Kagawa. Der nimmt mir alle Bälle einfach wieder weg. Zehn Minuten noch. Wenn der einschießt, bin ich so am Arsch. Dann wird er sowas von dermaßen angreifen. Ich werde mir den Arsch beißen, wenn ich das Ding hier nicht gewinne. Schön weggehalten vom Tor. Ich bin nämlich unfähig momentan. Oder nicht nur momentan. Ich bin absolut unfähig. In dieser Saison bin ich so unfähig, auch nur ansatzweise abwehrmäßig was hinzukriegen. Das ist nicht mehr feierlich. Und dann komme ich mit so einem dämlichen Pass. Ramos hat schon 10 Meter Vorsprung. Wie soll Aubameyang das aufholen? Ramos ist ja jetzt nicht gerade super langsam. Abseits. Gott sei Dank. Wir haben ganz viel Zeit. Wir haben ganz, 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 ganz viel Zeit. Jede Sekunde da oben ist ganz nett anzuschauen. Spiel ich den voll weg? Oder spiele ich ihn zum Mitspieler? Ich glaube, ich hole mir einen her. Und spiele zu dem. Wobei ich dem Ganzen nicht so ganz vertraue. Doch, er kommt zu meinem. Gott sei Dank. Alles gut. Komm, gib auf, Junge. Komm, gib auf. Du willst aufgeben. Drück auf den Spielverlassen-Button. Du willst das Spiel aufgeben. Alter, meine Nerven, meine Nerven, meine Nerven. Fünf Minuten und nur noch 2-0 vorne. Alter, hätte ich mir nie zu träumen. Ich glaube, das ist in real. In meiner Verfassung momentan. Ich will nicht absteigen. Das wird so eine schöne neue Saison. Selbst Liga 2 hat das so viel schöner als wir bekommen. Wir haben Zeit. Wir haben ganz viel Zeit. Hernandez, Benzema, Kedira. Falsche Wechsel, mein Freund. Bis auf Benzema. Den kann man einwechseln. Der ist... Also da den Pass hinspielen. Der war schön. Ich hab Zeit, ich hab Zeit, ich hab Zeit, so viel Zeit. Scheiße. Zurück. Alles zurück. Ich zieh sie mit. Aber ich darf nicht alle hinten reinstellen. Sonst komm ich wirklich da hinten, wie gesagt, nicht raus. Voll zurück. Da steht momentan keiner. Da können wir hinspielen. Ganz unten ist auch frei. Dann können wir hier rüber. Und dann wieder nach unten. Was? Der kommt mit seinem Torhüter raus. Ihr habt das nicht gesehen. Er rechnet auch mit so einem Scheiß. Da kommt er. Dankeschön. Und den mach ich. Den mach ich nicht. Wofür wird jetzt so stark gepiffen? So langsam werde ich beruhigt. Aber ich kenne FIFA. Und ich weiß, was hier passieren kann. Vorbei. Ich hab's geschafft. Verdammte Scheiße. Ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und ich hab's geschafft. Unfassbar. Wir sehen uns nächste Saison wieder in Liga 1, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao. Haha. oh